Hier ist der erste deutsche Fauntube mit der Faunschau. Ihr Herold heute im Studio Neil Fucking Double Priority Mitra. Guten Abend meine Damen und Herren. Zum 433. Male stimmte das britische Unterhaus am heutigen Vormittag gegen Theresa Mays. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige Eilmeldung. Höret, höret, volk zu Thale. Am 30.04. laden Faun zum wohl spektakulärsten Fruchtbarkeitsritual-Event im Harz ein. Die Walpurgisnacht im Thale. Faun werden den Hexentanzplatz in einen fruchtbaren Acker verwandeln in eine wohlgedüngte Humus-Furche. So eilet herbei und kommet zuhauf, mehret euch und seid fruchtbar.